Let's Play Neverwinter Night 2 Kann das sein? Kann das 57 sein? Ich weiß es nicht Auf jeden Fall fängt das Spiel jetzt erst richtig an Und ja, damit reden wir erstmal mit dieser Stadtwache hier Tut mir leid, ohne Erlaubnis geht keiner im schwarzen Viertel ein oder aus Ich hab aber ein paar Spielscheine von der Hauptmann Bulleina, also tja Nun denn, eure guten Taten unten an den Docks haben ihr wohl gereicht Alles scheint in Ordnung zu sein, wir werden das Tor sofort für euch öffnen Hey da oben, hier müssen welche in den schwarzen Viertel Haben einen Passierschein vom Hauptmann Bitte sehr, einer der Wachen auf der anderen Seite wird euch begleiten Ihr dürft euch nicht frei im Viertel bewegen, nur zum Haus dieses Elternern Ist ja doof, wollt mich jetzt ja voll umgucken Gemein Hm, ich hab mich damals ein bisschen so angenervt, ne? Endlich so, ja, schwarze Viertel erreicht, erstmal voll umgucken Und dann, ja, ihr dürft aber nur zu Elternern Oh, das vertraue ich Weil, keine Ahnung, man will ja dann direkt alles sehen und ich nur ein Haus sah Das ist ja irgendwie sinnbefreit Schöner Ladebildschirm übrigens Vielleicht hat schwarze Viertel an sich irgendwie gar nicht mal so schön finden Ich find das Dockviertel schöner Aber, ja, ich mag ja auch Hafenstädte und so Alonor ist anwesend, sagtet ihr? Ja, nun, hier sind wir Erwartet aber keinen allzu herzlichen Erfangen In letzter Zeit ist er sogar noch Unbeteiligter Ich werde hier warten, während ihr mit ihm sprecht Jo, machen wir Tut mir leid, seid ihr wegen der Lieferung hier? Ähm, nein, aber ich bin von der Stadtwache und ich möchte euch ein paar Fragen stellen Die Wache? Weswegen seid ihr hier? Ist jemand in Schwierigkeiten? Ähm, ich brauche eure Hilfe bei meinem Leben Ermittlungen Wirklich? Ich freue mich immer, wenn ich der Wache helfen kann Informationen sind einer meiner Spezialitäten Eine richtige Passion Lasst mich schnell diese Schutzzauber entfernen So, alles entschärft Denke ich Kommt rein Elanon ist einer der genialsten Charaktere des Spiels Ihr werdet bald feststellen, warum Ah, gut, gut Bitte verzeiht meine eher rüden Fragen an der Tür Ich würde mich der Stadtwache niemals absichtlich in den Weg stellen Es sei denn, man könnte sonst nirgendwo stehen Aber das wird doch nie passieren, wenn uns keine Flut trifft Ich muss zugeben, ich lebe normalerweise eher zurückgezogen Nicht, dass ich keine Leute mag, wohlgemerkt Im Gegenteil Wegen des ganzen Ärgers in letzter Zeit Ein Mörder auf freiem Fuß Junge Adlige, die überall herumschleichen Musste ich mein Haus mit Schutzzaubern belegen Herumschleichende Adlige? Ah ja Seit kurzem sehe ich öfter Gestalten im Dunkeln herumschleichen Und zwar nicht mit guten Absichten Es ist offensichtlich, was sie wollen Und was wollen sie? Na, mein Haus natürlich Als ob ich jemals verkaufen würde Lächerlich Ihr gebe ich mein linkes Auge her Obwohl das rechte ab und zu Probleme macht Da könnte ich mich also leicht davon trennen Oh Na gut Bitte fahrt fort Jedenfalls als ich mich in Niewinter niederließ Stand meine bescheidene Unterkunft am Rand des Schwarzseeviertels Direkt neben meilenweiter unberührter Wildnis Jetzt, da Niewinter wieder aufgebaut wird Nach dieser ganzen Seuchengeschichte Befindet sich mein Anwesen plötzlich direkt auf der Hauptdurchfahrtsstraße Des reichen Teils von Niewinter Alle Adligen wollen in Schwarzsee wohnen Aber es gibt keinen Platz mehr Also versuchen sie seit kurzem Mich zum Verkauf meines Grundstücks zu überreden Und was unternehmen sie genau Um euch hier rauszubekommen? Ne, das ist eher Besser, seid ihr sicher Dass diese Gestalten, wie ihr seht, artige sind? Natürlich Wer sonst sollte um mein Haus herumschleichen? Nun, eine gegenwärtige Gesellschaft ausgenommen Oh, richtig Ihr seid nicht ohne Grund hier, oder? Vor einigen Tagen? Sie sind bestimmt schon einen Monat unterwegs Also die Reise von hier bis nach Niewinter Die hat bestimmt Äh, keine Ahnung, ein bis zwei Wochen gedauert Ja, zwei Dann die Reise zum alten Eulenbrunnen hin Hat bestimmt auch wieder eine Woche gedauert Dann wieder zurück Noch eine Woche Also wir müssten eigentlich schon mindestens einen Monat unterwegs sein Oder vielleicht sogar mehrere Deswegen, ähm Ja, das ist eine lange Geschichte Großer Tir, was für eine Geschichte Schon bei eurer Ankunft war mir klar, dass ich euch gerne begegnen würde Hätte ich es doch bei unserer ersten Begrüßung gemerkt Das hätte Zeit gespart Dann seid ihr hier, genau richtig Vor einiger Zeit habe ich einen Splitter gefunden Welcher ähnliche Eigenschaften aufweist wie die euren Ich habe den Splitter allen möglichen Untersuchungen unterzogen Ohne dabei viel zu erfahren Allerdings hatte ich nie ein Vergleichsobjekt Wenn ihr Antworten sucht, kann ich einige Untersuchungen an euren Splittern durchführen Ich habe noch genügend Quecksilber dafür Ja, sicher Deswegen sind wir ja hier Ah, hab Dank Ich bin gleich damit zurück Meine Untersuchung ist fertig Mit einem Splitter zum Vergleich Habe ich noch mehr herausgefunden Sogar recht viel Scheinbar enthalten diese Splitter verborgene Magische Energie Entweder aus einer Verzauberung, als das Schwert noch heil war Oder aufgrund der Art, wie es zerstört wurde Außerdem schwingen die Splitter, wenn sie zusammengebracht werden Was ihre magische Energie entsprechend verstärkt Diese Splitter sind Teile eines zerbrochenen Silberschwertes der Gefienki Erkennt ihr die Gefienki? Ähm, eigentlich ja Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was ihr über sie wisst Die Gefienki sind Wesen, die auf der Astralebene verweilen Angeführt von Vlakith, der Königin der Leichname Keine nette Frau, wie ich höre Vor Ewigkeiten waren die Vorfahren der Gefienki menschlich Und bewohnten eine andere Existenzebene Wo sie von den Elifiden, den Gedankenschindern versklavt wurden Dann kam Gith Außerhalb der Gefienki ist nur wenig von ihr bekannt Aber sie führte die Rebellion zur Befreiung ihres Volkes an Und wird als Volksheldin und Gründerin der Gefienki angesehen Die Silberschwerter der Gefienki werden zu dem Zweck geschmiedet Das silberne Band zu zertrennen, das die geistige Projektion Eines Astralreisenden mit seinem körperlichen Gegenstück verbindet Sie sehen wie gewöhnliche Gefienki-Waffen aus Bis sie im Kampf eingesetzt werden Dann werden sie zu einer Säule aus fließender, schimmernder Flüssigkeit Wirklich beeindruckend, wie ich hörte Ich glaube, dass die Splitter, die ihr gefunden habt Teile eines solchen Silberschwertes sind Vermutlich sind die Gith Yenki in Faerion, um die Splitter zurückzuerlangen Entschuldige, wenn ich hier gerade wieder eine Parallele zu Dratensang ziehe Aber Elanon erinnert mich richtig an den Erzmagier Raikorium Weil die sind genauso verwirrt und schusselig Aber auch genauso genial Muss man sagen Ja, ich habe schon gegen Githy-Yenki gekämpft Aber keine ihrer Waffe, die von euch geschilderten, eingeschaffen Gewöhnliche Githy-Yenki besitzen keine Silberschwerter Diese Schwerter sind selten und äußerst wertvoll Die Königin der Leichname verleiht sie nur den größten Githy-Yenki-Rittern Sollte eines ihrer Silberschwerter jemals in die Hände eines Nicht-Githy-Yenki fallen Werden sie nichts unversucht lassen, um es zurückzubekommen Super, verlieren die Githy-Yenki denn öfter ihre Silberschwerter? Hierfür gibt es eine besondere Gruppe bei den Githy-Yenki Die Schwertjäger Dieren einzige Aufgabe darin besteht, alle verlorenen Schwerter aufzuspüren Und deren Diebe zu bestrafen Aber warum sollten Sie sich denn bitte für ein zerbrochenes Schwert interessieren? Soweit ich weiß, ist nie zuvor eines zerbrochen Vielleicht interessieren sich die Githy-Yenki ebenso dafür, wie es zerbrochen ist, wie für den Wiedererhalt der Teile Gibt es denn sonst noch etwas, das man über die Splitter sagen könnte? Ich wünschte, ich wüsste mehr Amon Jero war der wahre Fachmann Er besaß sogar solch ein Silberschwert Und wer ist Amon Jero? Amon Jero? Oh, vor Jahrzehnten war er mal nie Winders Hof Magier Ich habe ihn ein paar Mal getroffen Ein netter Bursche Leicht zerstreut Neigte dazu, vom Thema abzukommen Amon Jero erinnerte mich an meinen alten Mentor Meister Grala Er hatte eine riesige Sammlung lauter exotischer Vögel Haben ganz schön Lärm gemacht Ihr wisst schon, switchern und kreischen Ähm, ich glaube, er verwechselt Amon Jero mit sich selbst Ähm Ja, aber hätten die Githy-Yenki denn ihn nicht eigentlich verfolgt, um ihn schwer zurückzuhören? Hm, vermutlich Aber falls sie Amon Jero verfolgten, fanden sie ihn nie So unauffällig wie er lebt Er so unbemerkt ist er auch verstorben Hab ich schon gefragt, wie er an eins gekommen ist? Kann ich ihn finden? Er hat ja gesagt, dass er tot ist Fragen wir erstmal eins Auf die Gefahren, dass ich es vielleicht schon gefragt habe Wie ist er denn an dein Silberschwert gekommen? Keine Ahnung Aber er war sehr besonnen Also wird er wohl kaum für das Schwert gestohlen oder gemordet haben Hm Aber wie soll er denn sonst daran gekommen sein? Ähm Ja, aber wo kann ich ihn denn finden? Beziehungsweise seinen Leichen? Aber du hast ja gesagt, dass er tot sei Nun, er ist bereits tot Ihn zu finden wird euch kaum weiterhelfen Ich erfuhr von Ammons Tod durch einen Boten Der es im Vorübergehen aufgeschnappt hatte Die Adligen, welche Niewinter zu der Zeit beherrschten Müssen wohl gedacht haben, dass ich es schon merke, wenn ein Gelehrter stirbt Denn sie erwähnten es mir gegenüber nicht Später erfuhr ich, dass es teils auf Geheiß von Ammons Familie geschah Und weil es dem Wunsch des Verstorbenen entsprach Das Leben unauffällig zu betreten und ebenso zu verlassen Traurige Zeiten, wenn der Tod eines bescheidenen Gelehrten und Hofmagiers Kaum als Randnotiz in die Geschichte eingeht Ich frage mich, wird man sich an mich erinnern, wenn ich nicht mehr bin? Natürlich, wir sind ja noch hier und wir sind jetzt mindestens vier Leute Dann haben wir noch weitere Leute bei uns in der Kneipe rumstehen Das sind schon einige Aber ihr werdet sicher nicht vergessen, wie ich gerade erklärt habe Sehr höflich von euch Aber im Gegensatz zu Ammon Jero hinterlasse ich keine Familie Könnte denn Ammon Jeroens Familie Zugang zu weiteren Teilen seiner Forschung haben? Ich denke schon, aber die Jero-Familie soll nach dem Kriegsende und nach Ammon Jeroens Tod Von Niewinter fortgezogen sein Ich habe keine Ahnung, wo sie sich zur Zeit aufhalten könnte Das könnt ihr mir vom Krieg berichten Da konnte uns bis jetzt keiner was genaueres drüber sagen Ich glaube nicht, dass Eldernon da jetzt auch mehr weiß, welche die wirklich daran beteiligt waren Also kann ich weder mit Jero noch mit seiner Familie sprechen? Irgendwelche Vorschläge? Nun, da wäre noch Jeroens Zuflucht Dort könntet ihr es ja versuchen Und wo kann ich diese Zuflucht finden? Ich vermute, dass der genaue Ort in den Niewinter-Archiven in Schwarzsee verzeichnet ist Üblicherweise werden die Aufzeichnungen der adeligen Familien in den gesicherten Archiven aufbewahrt Sie gestatten es aber nicht jedem, sie einzusehen Ich habe darum ersucht, die gesicherten Archive einsehen zu dürfen Aber es wurde mir verwehrt, weil... Naja, weil es ein Missverständnis wegen ein paar verlegter Bücher gab Die irgendwie in meinen Besitz gelangt sind Ja, und wie erhalte ich denn Zugang zu den gesicherten Archiven? Da weißt du doch bestimmt einen Weg Normalerweise müsstet ihr um Zugang ersuchen Was einige Wochen in Anspruch nehmen kann Aber bittet die Wachen der Archive um ein persönliches Gespräch mit dem Archivverwalter Kotnick Er hat auch mich ab und zu heimlich hineingelassen Okay, dann danke für eure Hilfe Ich werde dann jetzt gehen Gut, danke für euren Besuch und das anregende Gespräch Überaus aufschlussreich, in der Tat Ach, und bevor ich es vergesse Ihr könnt meinen Splitter haben Ich brauche ihn nicht mehr Und wer weiß, vielleicht findet ihr mehr davon Seid aber vorsichtig Wenn ihr geht, erneuere ich meine Schutzzauber Um die herumschleichenden jungen Adligen fernzuhalten Hoffentlich haben wir nicht zu lange geredet Sonst haben sie vielleicht den Mut gesammelt, sich einzuschleichen Ach, wir haben schon nicht zu lange geredet So, und jetzt heißt es auf zu den Archiven Nachdem dieser Ladebalken vorbei ist Hier wird eine ganze Weile drin Aber keine Sorge Ich fand einen dicken Ass und habe etwas zu haben Und ihm eine Verlobte geschnitzt Oh, das ist toll Nein, jetzt, äh, das klang vielleicht sarkastisch, aber viel glücklich Wenn jemand schnitzen kann, ist das immer cool Ähm, ja, danke für eure Geduld Aber kommen wir nun zu den Archiven Da wollte ich nämlich auch noch gerne hin Die Archive? Meine Befehle lauten euch direkt zu einer anderen Anlesung wieder zurück zu bringen Ähm, es wird nur ein kurzer Ausflug Es schadet doch niemand Hm, ich denke, das geht in Ordnung Ist ja nur ein kurzer Ausflug Allerdings bin ich kein Bücherfreund Ich warte draußen, wenn wir dort sind Kommt mit Naja, also Gibt schon interessante Bücher Bestimmt auch in der Bibliothek von Evita Obwohl das eher so, äh, Fachbücher sein werden Naja, gut, dann kann ich es vielleicht verstehen, dass er da nicht rein will Die sind ja immer nur bedingt interessant Man muss sich dann wirklich für das Thema interessieren Und irgendwie ist die Musik hier bedrohlich Deswegen waffe ich mich mal eben Du kannst dir deine Inspiration mal wieder anstimmen Dann, ja Schauen wir mal, hier ist irgendwie keiner Die Törn schön offen Och ne Die Sienkiner, toll Sag mal, Leute Ihr könnt mal eben stehen bleiben Dann bereite ich denen mal eine kleine Prüfe der Abwehr vor Falls ich da mal reinlaufe Okay, ist nur einer reingelaufen Schade Könnt ihr wieder angreifen Unterkühlung für dich wäre auch noch ganz schön Okay, Cazawir macht den fertig, glaube ich Naja Egal Okay, ich glaube gegen so wenige muss ich keine Zauber einretzen Ja Ja, Nischka Die Zeit ist schon vorbei Ist hier irgendwas? Aber Überreste haben sie hinterlassen Wie nett von ihnen 37 Gold Das Werkzeug Ja, gut Das Werkzeug brauche ich irgendwie nie in diesem Spiel Ich habe ja Nischka Ich glaube noch nie so lange irgendwie standardhaft in meiner Party drin hatte Ich sage doch gerade gegen so wenige brauche ich keine Zauber Dann werde ich auch keinen einsetzen Ich will lieber auf, wenn ich gegen Gruppen kämpfe Grabner denkt scheinbar genauso, weil der setzt nämlich auch keine ein Na komm Hau ihn kaputt Oh, provoziert hat er uns Nicht sehr nett Zuge in der Halskette Unterlässt du mir auch noch irgendwas? Ja Ein Finnal-OP Falls ich das so richtig ausspreche Vielleicht sitzt du auf ein stummes Haar Ja, Nischka Mach die Tür wieder auf So Aber wieso sind hier Gis-Yenki? Das irritiert mich ein wenig Hallo Und wer am Leben? Hä, was? Wo kommt einer? Da Hey Ich bin da Einer hat mal Auf eine gute Kameraperspektive So Wer ist da? Antwortet Ich bin Hier um zu helfen Was ist hier los? Stimmt Oh, Dank sei dem Gott Dann Ich hörte Schrei und Kampfgeräusche Und fürchte ich schon Dass das Böse Welches das Archiv Überfeld mich auch finden würde Ja, ich benötige Informationen Über Eman Jero Deswegen bin ich hier Jero? Die Informationen werden höchstens In der Schatzkammer verschlägt Viele Geheimnisse Niewitter sind dort verwahrt Und sie sind nur für unsere Augen bestimmt Hier steht mehr auf dem Spiel Als nur Niewitter Ich brauche diese Informationen Also gut Wenn ihr schwört Niewitter zu beschützen Und seine Geheimnisse zu bewahren Werde ich euch helfen Ja, ja Ich schwör's ja schon Niewitter zu beschützen Und seine Geheimnisse zu bewahren Unser Anführer spricht die Wahrheit Auch ich wiederhole den Schwur Schön, Kasselir Schön, dass du das machst Also gut Die Marodeure suchen wahrscheinlich auch nach einem Zugang zur Schatzkammer Du müsst vier Proteste im Archiv finden Auf jedem müssen befinden sich Pergamente und eine Feder Die nur durch den Schleier eines Verwalters gesehen werden dürfen Jeder Feder schreibt eine Frage über ein Buch auf das Pergament Magische Feder? Ich frage mich, ob ich mir eine bohren könnte Nur für eine Weile Die Feder und das Pergament nennen euch das Buch auf Welches sich ihre Frage bezieht Und sie fragen euch nach der Antwort Beantwortet alle vier richtig Und die Schatzkammer öffnet sich Ähm Na schon, gibt's dazu etwas, dass ich wissen muss? Findet den Leichnam eines anderen Verwalters Nehmt deinen Schleier und benutzt ihn, um die Podeste zu finden Jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden Viel Glück Aber warte einen Moment Wieso gibst du mir denn nicht einfach deinen Schleier? Ich kann euch meinen Schleier nicht geben Ich bin verpflichtet, ihn zu tragen, bis ich die Archive verlasse Oder bis ich tot bin Es gibt keine Ausnahme Wenn ich euch töte und ihn an mich nehme, das wäre viel zu übertrieben Ja, aber danke für eure Hilfe Ich bring dich nicht wegen so einem dummen Schleier um Sehr überschaubar hier Und da ist ja schon die Leiche Ich hab das Talent manchmal so dermaßen an dieser Leiche vorbeizulaufen Das glaubt man gar nicht So, den Schleier mal eben mitgenommen Der zauert schon wieder irgendetwas Gefällt mir gar nicht Ich krieg's jetzt richtig eine drauf Okay Vielleicht zauber ich auch mal einfach irgendwie eben Krieg ich das irgendwie Ah, das könnte mich auch treffen Aber das geht mir ein Huch, das hat mich denn da getroffen So, komm Ja, das war gut Das hat Schaden gemacht Das find ich toll So, den hat's erledigt Die Klingwesen wird mir schon Glaublich lange überleben Ist da auch nicht Ja gut, vor allem nicht, wenn Nishka 30 Schaden anrichtet Mein Gott Diese Schurken sollte man nicht unterschätzen Sie sind zwar absolut nutzlos gegen Untote Aber gegen, äh, humanoide Wesen Beziehungsweise insgesamt gegen lebende Lebewesen Ja, macht Sinn Sind die Schurken einfach mit die beste Klasse einfach Solange ihn hätte halt geantwortet Weil dafür gibt's ja auch ein Talent Find, äh Was auch sehr gut ist Frage ist Da kann ich Nishka eigentlich gar nicht geben Weil Nishka überhaupt nicht bluffen kann, ne Hat sie sich überhaupt gar nicht beigefragt Braucht man ja für dieses Talent Ah, ärgerlich Müsste ich ihr dann mal geben Falls ich ihr dieses Talent gebe Was ja schon noch einiger Zeit dauern wird Weil dann kann sie auch im Kampfgeschehen heraus Eine Runde dann einfach nicht angreifen Einen Wurf auf Bluffen schaffen Musste dann Und dann kann beim nächsten, äh, Angriff Einen hinterhältigen Treffer landen Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit So kann man einen Schurken auch spielen Anstatt ihn immer zu tarnen Das hab ich auch gemacht mit meinem ersten Schurken Okay Da ist eine geheime Wand An die komme ich noch nicht Dafür muss ich den Schleier aufsetzen Aber Der Schleier Der gibt mir minus 4 aufgeschickt Und minus 2 auf die Rüstung Das heißt ich hätte 34 Äh, nur noch 30 Anstatt 4 30 Okay, das geht eigentlich noch Dann lasse ich den schon mal auf Jetzt komme ich hier durch die geheime Tür Da ist eine Truhe An die Nishka mal rankann Das sieht man immer enttarnen Aber mal in den Suchmodus gehen Weil ich glaube Die Alter sind überall Fallen dran Und bitte schaffe es sie zu entschärfen Das finde ich richtig nett von dir Ich weiß gar nicht Ich glaube in manchen diese Truhe Ist voll lustiges Zeug drin Und in manchen ist da rein zu schrott drin Buch aller Elemente Und ein paar Schriftrollen und Zauberstehre Ja Sterb der magische Geschosse Auf aller Elemente Auf flammende Waffe Plus 1 bis 6 Feuer Schaden Die überliebige Rüstung Und du nur Feuer sendest Na ja Na ja Ich finde in Mask of the Betrayers Das Verzaubern Wesentlich einfacher Wenn man da auch einfacher An diese Sensen kommt Und da keiner anderen Gegenstände Immer verbraucht Macht das auch Spaß Hier im Hauptspiel Benutze ich das nie Gegen der Annahme Meines flachen Farron Und alles die Bücher Die ich brauchen werde Für die Rätsel Ja komm Ischka Nächste Truhe für dich Sind irgendwie Komm wie Sienke Ich hatte Was irgendwie voller In Erinnerung So Einmal aufgemacht Alles war Groß Verzauberung Des Geistes Und Kampfraus Kampfraus Das ist ein Zauber Den ich Bade gerne gebe Weil er irgendwie cool ist Weil wir dadurch alle Den Kampfrausch Von einem Barbaren Versetzt werden Achso ich habe Das eine Ding Gar nicht mehr Versetzt werden Und Dingens Ja aber danach Wenn er endet Kriegen wir nicht Den Abzug Den ein Barbaren Bekommen würde Können wir Eben hier Für eine kritische Runde Ein bisschen Ein bisschen Batrinen Kannst mal Das hier eben Zaubern Ja komm Bist du getarnt Ja bist du Überreste Die nehme ich auch mal Eben mit Gegengift Boah Boah Elefant Geheimschrift An die Geheimtüre Eine Truhe Wie kann ich euch Helfen Dein Dein Job Wie war bis jetzt In den Truhen Nur Käse drin Ich hoffe In der ist mal Was cooles drin Huch Wieder in den Suchen Muss gehen Oh ja Okay sie findet Scheiben die Falle Nicht Ach weil da Überhaupt Kein Dran ist Feuer Opal Ja Nichts tolles Dabei bis jetzt War das schon Alles hier Da geht Frageräume rein Glaub ich Da ist Sailor Moon Case Was Sailor Moon Nein Nicht Sailor Moon Der bemerkt uns Gar nicht Na gut Ich hab ihn auch Nicht bemerkt Hier verpassen Ich meine Kritische Runde 23 Schaden Sehr schön Fühle ich mich Stark Wenn ich Leuten Schaden zufüge Ja komm Die schaffst du Ja wohl Ja Timer Timer ist gut Ist gut Den Kampf Hier Der ist ja Gleich zu Ende Danach Geht's da weiter Glaubt Mal was Gern Macht Achso Das Eisenhorn Ja komm Den erledigt Also wir schon Okay Er hat sich schon erledigt Also Nishkan Ist genial Ja Und Mit diesem Ruhbereichen Kampf Verabschiede ich mich Aus dieser Folge Und sage Tschüss Bis zum nächsten Mal Wenn es mir als Let's Play Neverwut Hat er zwei Und wir sehen Ein bisschen aus Wie ein Pirat Aber egal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020